Hier spawnt der Oder, wo ich hier unten gerade springe, und der andere spawnt da, wo mein Feld gerade spawnt. Da müssen wir es ja nur noch starten, oder? Ja, alles passiert. Solltet aus dem Feuer rausgehen. Ich seh überhaupt kein Feuer. Willst du bei den Verschlingern ein bisschen langsamer machen? Ach so, okay. Was ist mit dem Feuer? Verschlinger langsamer machen. Macht weniger Schaden, bitte. Gerade der oberste Balken, der muss langsamer gehen. Ihr müsst weniger Schaden machen. Hört bitte auf mit Schaden. Das seid ihr da unten. Brokers sind hier. Team Zwiesel ist aber oben. Ja. Welcher Verschlinger ist es denn unser, wa? Wer ist denn der mittlere? Der mittlere ist Gruppe A, ne? Okay, so sieht das auch aus. Team Kali ist gewiped. Ich bin runtergefallen. Wir haben Zeit für Grenzung. Dann geht doch mal Team Uga zum Verschlinger hoch. Was für den Nutz? Ihr könnt ihn ja erstmal ein bisschen runterhauen und einer bleibt da noch. Ach man. Kannst ja mal was sagen. Hättest ja mal hier bleiben können. Bist du jetzt runtergesprungen? Dankeschön. Jaja, gezogen. Ich schubst. Achtung, Feuer. Da wir raus. Hane, los. Jawohl, jawohl, jawohl. Warum ist das Feuer hier lila? Ja. Vor allem, warum ist da kein Kreis drum? Weil das Gebrandmarkte sind. Ja. Sind so. Und die sind alle lila. Der Uga läuft mir hinterher. Darf ich ihn behalten? Ja. Achst du mein Gott? Nur in der Liebe. Dieses Feuer ist scheiße. Wodurch? Ist jemand hier? Ich lieg am Boden. Ich finde die, es reicht doch, wenn er bei 10% aufgehört wird und die dann rüber geht. Dankeschön. Und das ist nicht der mittlerer. Und das ist der unterste. Ich geh mal weg jetzt. Kevin geht mal rüber zu dem anderen Faschlinger. Ich halt den hier. Sollen wir echt rüber gehen? Das ist doch auch schnell gemacht, bis die da sind, oder? Ja, geht mal rüber. Dankeschön. Wobei Arne und du kannst hier bleiben eigentlich. Weil ich ja eh keinen Schaden mache. Ist egal auf welcher Seite ich bin. Verstehe. Nee, damit der noch ein bisschen... Du bist runtergefahren. Wo bin ich denn jetzt hier runtergesprungen? Oh Mann. Oh Mann. Es scheitert an den einfachen Dingen. So, jetzt habe ich gleich nochmal geschafft. Ich versuch's nochmal. Oh, das war knapp. Sieht aus. Jetzt guck weg. So, jetzt können wir wieder Schaden auf den Ogre machen. Gehen wir dazu. Ich guck mal. Er greift mich nicht an. Warum nicht? Weil er mich nicht mag. Guck mal, er macht gar nichts mehr. Jetzt ist der andere Ogre. Ich schlag mal wieder ein bisschen mit. Ja, der hält mich. Weniger Schaden. Da oben draufklopfen. Komm mal mit zum Ogre wieder. Oh, scheiße. So was, wenn ich was sag mit Nooks oder sowas dürfte ich mir nicht böse nehmen, gell? Ja, das ist jetzt zu spät. Was bereust du denn abgerunden? Wie kriegt man jemanden von der Blacklist wieder runter? Das geht. Tipp einfach slash nur Ramona ein. Ich kann euch mal an den Ogre eine Zeitschleife setzen, wenn ihr total Bock drauf habt. Da könnte ich auch noch einen. Ja, den. Sollten wir am Ende machen. Mach ruhig. Also jetzt so ein bisschen mehr Schaden auf den Unteren geschlingen. Moment, grätz dich mal eben, Leo. Ein bisschen Feuer ist nicht so schlimm. Zeitschleife liegt. Der mittlere Verschlinger bräuchst du jetzt ein bisschen mehr. Der Ogre, stopp. Den Ogre nicht mehr angreifen. Und das heißt, wenn die meisten zu den Verschlingern hochgehen und wenn die tot sind, dann runter. Oh nein. Zeitschle ist tot. Und wieso hat der denn jetzt... Durch was regeneriert der? Ja, er regnet ein bisschen. Einfach so. Geh mal kurz runter und trotz den. Ja, ja. Der Brenner. Alter. Letztes Mal mal schade. Snoop down, Snoop down. Dankeschön. Danke. Ich bin dankeschön. Und das weiß ich nicht. Ich bin dankeschön. Ich bin dankeschön. Wenn ich es ausbrach, darf ich dir immer Hilfe? Ja, hier zum... Versteiger Arne könnte noch ein zweiter kommen. Neben... Ich komm da gleich rüber. Ja, noch einer meine ich. Ja, ja, ja. Den packen wir jetzt so zwar. Das schon, aber die müssen ja relativ schnell runterkommen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich weiß nicht, ob ich mal eben, ich gucke mal, ob ich dann noch zu euch rüberkomme, da hinten. Ach, da komm ich dran. Okay. Ja, ich bin neu gelaufen. Ja, ja. Kannst du mal gut. So, ich bin beim Arneverschlinger. Okay, dann geh ich wieder zurück. Danke. Oh, nee. So, Toten lieben alle wieder. Ja, nee. Dann direkt wieder ungefähr. Janoris, explodier mal deine Explo... Dings. Ich danke die zweite. Jo, ist's. So. Dann schön auf die Verschlinger aufteilen. Ein Einzelner reicht erstmal unten. Dann alle da und bereit. Wir machen gerade, ja. Dann könnten wir die Verschlinger jetzt zeitgleich töten. Okay. Okay, klar. Ja. Ja. Nur eine ist hier schon. Das sieht sehr gut aus. Dann drauf. Das sieht doch so gut aus. Ja, der Ogre geht auf mich. Der Ogre geht auf mich. Jawohl. Ja. 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 Und der Nupe Stone. Wir sind jetzt schon wieder gestoppt. Nicht? DRAGONITE! Ja. Ja. Gibt's ja auch eine Schachtel? Gibt's eine Schachtel? Nein. 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 Nein.